Hey Leute! Willkommen zurück zu SuperHot! Weiter geht's! Hot! Super! Huah! Oh Mist, das steckt drin! Ich gebe das wieder. Ist besser so. Warte mal. Oh Mann! Dann noch einer raus? Ich, äh... Oh, das ging ja doch. Tonhalle. Hot! Super! Wuuupsi! War der Tonhalle nämlich zuletzt gestorben. Die Pistolen sind einfach am besten. Tatsächlich. Mist, da fliegt die Waffe nicht gegen mich. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nicht schon wieder! Das gibt's doch nicht! Und wieder von vorne. Ich war doch schon so weit! Das gibt's doch nicht! Super! Boah! Alter! Ich bin ja am verzweifeln. Jetzt müssen wir schon wieder von explodieren. Hätte ich doch bloß nie diese Specials gewählt. Aber ich würde einfach nur extra herzen. Nehmt! Ich hab nur noch eins. Das gibt's doch nicht. Ich hab nur noch ein paar Waffen durch. Okay, da bin ich. Ich hab nur noch ein paar Waffen. Ich hab nur noch einen Waffen. Ich hab nur noch ein paar Waffen. Geht doch. Wir schaffen das schon. Wie will der denn hin? Oh, das war knapp. Nur noch ein Herz darf ich nicht vergessen. Das überlebe ich doch nicht. Na toll. Na toll. Boah, komm schon. Gib mir irgendwie so ein Extra. Wie aufladen von den Herzen. Oh. Ja. Villa. Ist der einzige? Gut. Boah. Das gibst du nicht. Es tut mir leid, Fischis. Ich hab ja schon wieder ein Leben verloren. Es wäre es gewesen, wenn wir uns nicht geheilt hätten. Oder? Wer weiß. Ja, jetzt bin ich hier oben. Schallplatten mal. Ich zeige euch, wie man der richtige DJ ist. Ich zeige euch, wie man der richtige DJ ist. Das ist immer sehr laut und sehr stresst. Dann Dojo. Wir haben es bald. Oder auch nicht. Das ist immer blöd hier oben. Ich will das aber durchspielen und nicht verzweifeln. Das ist immer really cool. Das ist immer toll. S. Erst Level. Komm, das sind nicht so viele. Nein! Fällt die runter! Ah! Super! Hot! Disco! Nein! Nicht schon wieder! Oh man ey! Halt! Konzentration. Super... Mr. Superhot! Sehr gut! Mehr Leben! Warum krieg ich nicht mehr mehr? Arsch! Na toll! Z wird sehr hart. Z wird sehr hart. Das darf ich nicht mehr. Mach's nicht kaputt! Ich fass es nicht. Gucken kostet auch Zeit. Der muss weg. Sehr gut. Nein! Oh Gott! Super! Alter! Was gestörte Scheiße! Hab ich vergessen. Nicht so spaßig momentan. Oh! Die armen Fische! Nächster Freundchen! Jetzt schaff ich's! Ganz sicher! Super! Hot! Kugeln! Schnellschuss! Na! Dann lieber das andere hätte ich nehmen können. Das mit dem Sprung war eigentlich auch gut. Um ehrlich zu sein. Toll! Toll! Ist der jetzt direkt kaputt gegangen? Boah! Ich hab mich gerade erschrocken! Ja toll! Hier ist ein Fernseher! Hier ist ein Fernseher! Guck Netflix! So! Geh mir nicht auf die Nerven! Ach! Bankraub wusste ich! Aber jetzt erfüllen wir das erstmal Goldbarren! Ey! Wenn ich Goldbarren nicht töte! Super! Hot! Insel! Hot! Hot! Insel! Hot! Ich nehme mal nur einen! Das ist doch nicht! Mann! Ich habe... Diese große Waffe... Da sind die... Die Kugel kommt immer direkt ans Ziel. Oder sind sie super schnell! Das ist das, was ich überlebt habe. Super. Der Schrofflitz kann ja auch nichts machen. Wegst dich schneller. Ich glaube, das ist echt gut. Oder auch nicht. Hallo? Oh Mann, jetzt spart mich doch nicht so auf die Folter. Zeigt euch. Das war jetzt komisch. Disco. Nein, bitte. Ja, guck mal, was soll ich denn da machen? Ich will nicht mehr. Ja, tatsächlich. Labor. Also sollte ich jetzt nochmal sterben? Das war's. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Rage Quit. Superhot. Ist ein cooles Spiel, aber dafür habe ich keine Nerven. Alter. Okay, Leute, das war's von mir von Superhot. Ich habe ein System am Sturz. Ja, es hat mich gekriegt. Ich kann nicht mehr. Das war's dann von mir. Von diesem Spiel. Ich kann es empfehlen. Wer so steht, Mad Max und so. Ist das definitiv einen Kauf wert. Aber der Bedürfungsfaktor ist mir ein bisschen zu... Ach Gott, Mann, ey. Also. Bis zur, äh, nicht nächsten Folge. Und bis zu vielen weiteren Let's Plays. Ja. Wer das Grundspiel noch nicht gespielt hat, spielt mal das Grundspiel von Superhot. Das ist auch ziemlich geil. Also. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017